Danke, meine Damen und Herren. Nun etwas ganz anders. Was war das? Nix. Nix? Nix. Hey, nix! Halt's los! Was ist da drin? Mein Hund. Geht nach Hunde nicht! Bist du allergisch? Nein, katholisch. Nein, katholisch. Nein, katholisch. Tja, er heißt George. Ja, na, na, na. Ich traue diesen Hund nicht. Warum nicht? Seine Augen sind so nahe zusammen. Hey, was? Was machen Sie hier? Das ist das Publikum. Ja? Ich traue diesen Hund nicht. Warum gaffen die? Sie gaffen nix. Sie gaffen. Ich weiß, was Sie tun würde. Was? Ich gaffe auch. Ich traue das. Ja, Sie fühl doch. Vielleicht, ich schau, sie fühl doch mal. Ich traue den Hund nicht. Ich traue dich. Das war's.